Ab in den Dschungel. Am Freitag ist es wieder soweit. Eine Handvoll wackerer Ex-Promis zieht in den australischen Regenwald, isst Känguru-Hoden, lässt sich mit Maden bewerfen oder lebendig begraben. Alles in der Hoffnung bald wieder prominent zu sein. Aber wissen die Fulda überhaupt, wer da in den Dschungel zieht? Wir haben in der Fulda Innenstadt den Test gemacht. Wisst ihr denn, wer das ist? Kann ich auch beim sehen, aber ich weiß auch, wie er nicht wieder heißt. Ich auch. Der war Moderator bei Viva oder MTV? Ja, das ist richtig, bei Viva war Moderator. Der zieht jetzt auch ins Dschungelcamp. Glaubt ihr, der hat es drauf? Ja, ich glaube auch, der ist ein bisschen sympathisch und ich denke, der hat wirklich auch nicht ekeln und so weiter. Ich denke mal, der wird das Zung durchziehen. Also sagst du, wenn er einen Känguru-Hoden essen muss, dann wird er das auch machen? Denk schon. Sein Gesicht kenne ich schon. Habe ich schon mal gesehen. Ist dir bekannt? Ja. Glaubst du, dass der in den Dschungel zieht? Glaube ich nicht. Es gibt ja so verschiedene Dschungel- Prüfungen, wie zum Beispiel Maden essen oder sich lebendig begraben lassen. Könntest du dir vorstellen, dass der das macht, dass der das mitmacht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wisst ihr, wer das ist? Na, das ist doch der Wendler. Der Wendler. Was macht der denn? Der Sing, der Sing. Und was haltet ihr von dem? Ich weiß nicht. Ich muss nur gutes sagen. Er singt halt. Ist nicht mein Fan, aber ich höre es nicht. Den Namen weiß ich zwar auch nicht, aber ich kenne ihn auch aus dem Fernsehen. Was könnte der denn eventuell machen? Also der kommt nicht direkt aus dem Fernsehen? Aus welcher Branche kommt der vielleicht? Ist das ein Sänger, gell? Ja, das ist richtig. Aha, ein Sänger von der Gruppe, müssen wir sagen. Wisst ihr, wer das ist? Wendler. Wendler, was macht der denn? Schlagersänger. Okay, was hältst du von dem? Das ist ein Angeber. Ne, ich denke nicht. Sagt dir gar nichts? Nein. Was könnte der eventuell machen? Also, wonach sieht der aus beruflich? Ich könnte mir vorstellen, dass der Schauspieler ist wahrscheinlich. Oder macht der eine Werbung gerade? Er ist Musiker. Könntest du dir vorstellen, welche Musikrichtung? Schlagmusik. Kennt ihr diese Person? Hey, wer ist das denn? Noch nie gesehen. Nein. Ja, die kennen wir. Wer ist das denn? Angela Merkel. Und, die macht was? Bundeskanzlerin. Glaubt ihr, die zieht in den Dschungel? Never ever. Die war letztes Mal hier, die wollte mir unbedingt gehatscht. Okay, das zeugt ja davon, dass sie risikofreudig ist. Vielleicht zieht sie ja doch in den Dschungel. Ich glaube weniger. Also ich muss ehrlich sagen, die ist ja jetzt nicht so die weiblichste. Ich denke mal, die wird auch schon auf jeden Fall sich was trauen. Maden essen zum Beispiel, lebendig begraben lassen? Ja, wenn man mal ernsthaft bleibt, die wird auf keinen Fall... Ich meine, die ist ja schon alt genug. Ich glaube, die wird da zusammenbrechen. Okay, aber die Vorstellung, Frau Merkel im Dschungelkönig oder Dschungelkönigin-Kostüm ist doch auch ansprechend, oder nicht? Wäre mal lustig, ja. Okay, dann vielen Dank. Alles klar, danke.